Was kann ich denn hier mit den Sachen machen? Jetzt gehen wir mal zurück. Jetzt mal hier irgendwas reparieren. Guck mal doch mal auf unsere Karte, was die sagt. Im Laden da hinten. Okay. Aber das Flugzeug ist doch... Das habe ich noch nicht alle Teile. Da fehlt noch was. Mal was übersehen. Irgendwas kleines. Kann ich da vielleicht was reparieren? Nein, das passt hier nicht hin. Ah, da kann ich was wegschrauben. Da hat es Schrauben. Und da ist die andere Hälfte. Und ein Zettel. Ich mache das Spielzeug für Kinder. Aber das ist nicht alles. Manche tun böse Dinge. Und ich versuche sie zurück auf den Weg zu bringen. Indem ich ihnen den Schirm der bösen Träume zeige. Die Guten jedoch, die bekommen den Schirm der guten Träume. Okay, freundlich. Aber jetzt habe ich den das Flugzeug. Wie sieht auch Möbelbild aus? Toyplane. Okay. Die Frage ist Muss ich jetzt einfach die Stücke finden für das Flugzeug? Da ist... Aha. Ich brauche hier erstens ein Lenkrad. Ja. So etwas wie ein... Hier ist auch ein... Da. Da unten ist auch was. Ja, ja, ja. Wenn man weiß noch, was man suchen muss. Dann ist es natürlich easy. Jetzt brauchen wir noch einen Flügel. Zwei Stäbe. Und so ein Motor oder sowas. Und, ähm... Eine Rückenlehne. Ist auch ein Schlüssel. Das sind natürlich auch so ganz feine Stäbchen. Also das Ding da brauche ich. Und das. So ein Geflubsel. Vielleicht ist es wieder irgendwo gesteckt. Ja, ja, ja. Kann ich noch irgendwo aufmachen? noch irgendwo aufmachen. Schlüssel ist auch so auffällig, unauffällig. Ah. Toyplane. Okay, um den, um nachher irgendwo rumzufliegen. Die Frage ist, wo? Hier? Ja, das haben wir schon gedacht. Get ready to take off! Oh, dicker Kerl. Aber okay. Wer im Krieg so viel geschafft hat. Könnte mir vorstellen, dass er hier rausfliegen kann. Yeah! Und ich auch. Damit, wenn ich das als klein... Ja, ja, ja. Jetzt klopfen. Off we go! Ich denke mal, das muss immer eine gerade Linie ist dazwischen Platz sein. Zack. Sie ist meins! Oh, oh, oh. Immer mehr. Ähm, ich könnte mir vorstellen, wenn keine gerade Linie ist, dann funktioniert es nicht. Ich könnte natürlich jetzt testweise mal was nehmen, was sowieso nicht passt. Zum Beispiel da, da sind ja welche dazwischen. Ja, genau. Dann wird das nämlich abgelenkt. Oh, noch mal? Nein! Das schaffen wir schon. Oh, die bewegen sich. Das ist ja gemein. Aber das sollte eigentlich kein Problem sein. Das muss ich mal gucken. Die müssten gehen. Hey! Okay! Ja. Und die? Dann die beiden. Hm, die? Ich muss mal warten, bis die weg sind, sonst prallt das an denen ab. Nee, so wie eben. Oh nein, ich werde größer, ich werde größer! Wir werden abstürzen! Und wir haben neues Gebiet, die Bücherei. und weg ist er. Hm, da hat er mal abgestürzt. Geht's hier gut, Charlie? Boah, ich denke mal schon. Das war nichts, was ich durch die Kriege ging. Komm schon, der Baron ist in der Bibliothek. Auf geht's. Auf geht's, hinterher. Kätzchen? Nein, Brief. Ah, und noch ein Orden. Brüsselstück. Da ist ein Schlüssel unten. Charlie, ich weiß, dass du den Flugzeugabsturz überlebt hast, der Baron versucht zu bewirken, dass ich dich vergesse. Wir sind auf dem Weg zum zu irgendeinem Teacher Slayer, einem Lehrer Lehrer ja Teacher Slayer. Please save me! Bitte rette mich! Und da komme ich nicht ran. Das muss ich irgendwie aushebeln. Und was haben wir da? Ich glaube, ich weiß, was da hin muss. Aber ich habe gerade keinen Plan. Hab ich da was? Nö. Vielleicht später. Hallo, du. Brüsselteil. Oh, oh. On Christmas Eve, the evil Rat King turned people into toys. Am Weihnachtsabend hat der böse Rattenkönig die Menschen in Spielzeug verwandelt. We beat the pants off that ratface, but he had a lot of ratfink followers. They wanted to be as great as he was. ever since then, the royals have worked with a rat-catching service. They've worked tirelessly, including weekends and holidays to make sure rat-history doesn't repeat itself. The Pied Piper is the greatest of them all. Also die Adeligen haben natürlich groß Interesse daran gehabt, dass solche Ratten, so ein Rattenaufkommen nicht mehr passiert und einen Rattenfänger oder Rattenfänger engagiert, die sehr fleißig waren und die haben sogar am Wochenende und an den Feiertagen gearbeitet, damit das nicht wieder passiert. Und der Pied Piper ist der berühmteste von allem. Und das ist der Hyrule.